Ja, ich spawned direkt am Ausgang. Kann ich das Dorf machen? Versuch mal. Ja, später darum. Können wir gleich rausgehen. Schon wieder ne Nerf. Ah, äh, Ruin. Hey, cool, die hat Ruin. Mh, aber auch Stufe 3 gleich, ne? Gut, du wirst jetzt nicht verordnen. Die Portet ist aber genauso kacke wie die erste. Okay, dann spiel die genauso. Wenn der jetzt die gleiche ist, dann wär der Hammer. Ups, ist weg. Ah, Junge. Okay. Also bei mir hat's so perfekt geportet. Mh, mh. Mh, mh. Das war nur Zufall. Ach, das könnte man natürlich auch tun. Das war Zufall. Das ist einfach schlecht. Okay, das war Zufall. Ich sag doch, die Portet nicht gut. Ich sag doch, die Portet nicht gut. Oh. Nice. Wenn du das abbauen kannst, wär klasse. Das war schon. Ah, okay. Jetzt bin ich eher eine... Oh, Gott. Die ist ja wirklich sau scheiße im Porten. Ah. Der Port... Ja, ja. Perf... Okay, ich bin beschissen am Laufen. Oh, Mann. Äh, eiserner Griff, hattest du dabei? Ah, hier ist doch noch Muschigl. Scheint kein Barbecue und Cheese zu haben. So läuft nämlich... Oh. Etwas beladenlos durch die Gegend. Komm zurück. Polizist Richtung Fettchenchen. Ja. Ah, die ist oben. Irgendwie jetzt. Ich geh mal zum Genugelmann. Bin schon dran. Bin schon dran. Oh. Okay. Klasse. Ähm. Ich glaub, wir sollen abhauen, oder? Oh ja, die kommen zu euch. Ah. Hi. Oha. Ja, wohl, die hängt dann schon noch näher am Gen. Hm. Gut, ich bin 8-4 an und... Äh. Ich geh zur Anhuck. Und dann auch gleich prügelt der noch schnell durch. Ja, ja. Ja, ja, prügelt den durch. Alles gut. Schalte ich direkt. Dann komm. Hier um die Ecke ist Aachen-Gen. Irgendwo hier. Boah, warte. Äh. Wo, 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 wo? Ah, da vorne. Und da ist sogar schon angefangen. Soll ich da den Killer abnehmen, Tamara? Alles gut. Ach, du dumme Kuh. Nöt oder kein Nöt. Ist bei einer Nörse eigentlich ziemlich sinnlos. Ja, aber es gibt es sicher, denn die haben... Schlecht. Ja, das sind aber die, die eigentlich dumm sind. Ja, definitiv. Aber, ja, gut. Ich würd die da jetzt nicht unbedingt für intelligent, äh, heilen. Äh, jetzt zu hart unsere Augen gesehen. Warum macht er mal? Ja. Ist von mir weg. Oh, Junge. Klatsch mir doch eine. Glück ist, ich hatte vorhin geklatscht. Ja. Und da Killer-Check hinten mache ich das Tor jetzt auf. Alles klar. Okay, da bist du. Ach, hier. Hier, Luki, kommst du weg, kommst du weg. Da, 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 da. Hier ist doch N, hier ist ein Tor, oder? Ja, ah, ja. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Du hast uns Rauchen gesehen. Also du bist jetzt instant hierher gekommen. Oh Gott. Danke. Gut, 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 gut. Und da, da. Ja, genau. Ja, genau. Hallo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ich bin. Vielen Dank.